Sie ist 111 Jahre alt, die Alex, Flensburgs schwimmendes Wahrzeichen. Doch anstatt dampfend über die Förde zu schippern, qualmt es momentan an Land. Der alte Salondampfer ist seit Dezember eine Baustelle. Mal wieder, denn nach Rumpf und neuer Kesselanlage geht es jetzt an die Schönheitsarbeiten. Ein neues Deck soll her. Holz arbeitet nun mal und altes Holz arbeitet mehr. Und wenn wir Regen gehabt haben und eine Schade an Bord, dann war es ein Deck tiefer und wie eine Tropfsteinhöhle. Und das kalte Buffet wurde, dann mussten wir so stapeln, dass wir dann auch immer diese Regentropfen in die richtige Bahn lenken. Und das geht natürlich nicht. Das neue Vordeck und auch ein neuer Mast sollen geschätzte 100.000 Euro kosten. Und das schwimmende Denkmal soll möglichst originalgetreu wieder hergestellt werden. Wir wollen ja kein neues Schiff haben. Es ist nun mal 111 Jahre alt und es hat Riefen und Macken. Aber das macht dieses Schiff eben dann so, dass man die Seele eben da in diesem Schiff dann eben spürt. Und dafür packen alle Ehrenamter mit an. 90 Prozent der Arbeiten versucht die Crew selbst zu machen. Wenn dann unser Bootsmann ruft und der ist jetzt für die Arbeit zuständig, dann kommen wir auch alle. Und dann ist es egal, ob das ein Kapitän ist oder ob das einer in der Restauration ist. Oder wir machen alle die Arbeiten, die dann eben anstehen. Denn es ist unser Hobby, es ist unser Schiff, es ist unsere Gemeinschaft. Und so kommt dann dieses tolle Produkt dabei raus. Die Alix soll, wenn alles gut geht, bis zum Frühjahr im neuen alten Glanz erstrahlen. Und pünktlich zum Saisonstart im Mai wieder auf Fahrt gehen. 1 1 3 5